Okay, bei der Winkelmontage, das Zugehör, was mitgeliefert wird, ist praktisch der Befestigungsfuß der Schuh dabei. Bei dem Schuh, seht ihr, ist ein Clip. Der Clip wird in den Schuh geschoben, schön fest, dass er einklickt. Gerade Seite, gerade Seite, runde Seite, runde Seite von dem Clip, weil hier wird später das Plissé aufgeschoben. Ein Tipp von mir, damit ihr es schön gerade an der Fensteraußenleiste bekommt, schiebt einfach den Montageschuh ein ganz bisschen rein. So soll es ja später aussehen, dass genau der Schuh an der Montage, an der Fensterleiste, an dieser Linie aufhört und endet. Darum sage ich hierbei bei der Methode, eben einmal vorzeichnen. Hier hört es auf, eben in der waagerechten, macht hier ganz kurz mit einem Stift einen Punkt, hier einen Punkt, da einen Punkt. Und bei der Außenmontage, damit es auch wirklich gerade bleibt und gerade wirkt, weil ihr seht, jeder Millimeter, den ihr dann versetzt, zeichnet bitte vor. Nimmt einen 2mm Bohrer und bohrt eben mit 2mm Bohrer vor. Dann hält das wirklich super, sieht klasse aus und ist genau an der Fensterleiste montiert. Zubehör, raufklicken. Plissé, drauf, fertig ist die Winkelmontage.